Nach zehn Minuten griff ich nach meinem Handy. Ich ruf jetzt an. Kurz darauf hatte ich Aisha, die Empfangsdame von Riga am Telefon, und informierte sie, dass wir im Stau standen und uns etwas verspäten würden. Wieder kehrte Ruhe ein. Doch jetzt wurde Klaas zappelig. Ich stehe echt überhaupt nicht auf Stau, betonte er fünf Minuten später. Die Zeit würde schneller vergehen, wenn du mir was erzählst. Was soll ich dir denn erzählen? Irgendetwas über dich, das ich noch nicht weiß. Na schön. Ich habe noch nie woanders gelebt als in Hamburg, und ich kann mir auch nicht vorstellen, jemals woanders zu leben. Wenn es mir schlecht geht, fahre ich ans Meer oder an die Elbe. Ich lebe mit meiner besten Freundin Anni zusammen in einer Zweier-WG in Eilbeck. Eigentlich ist es eine Vierer-WG, denn unsere Nachbarn Sebastian und Kai hängen ständig bei uns rum. Ich bin so musikalisch wie ein Briefkasten, aber ich singe gern. Allerdings nur heimlich. Eine Zeit lang hatte ich rote Haare. In zwei Monaten heiraten meine Eltern, Lenny und ich sind Trauzeugen. Ich hob die Schultern. Das klingt wahrscheinlich langweilig. Klaas sah mich für ein paar Sekunden an. Dann lächelte er, sodass ausgesprochen nette Grübchen in seinen Wangen zum Vorschein kamen. Rote Haare also, ja? Interessant. Ich rümpfte die Nase. Es sah bescheuert aus. War eine Schnapsidee. Ich war 23, hatte mich gerade von meinem Freund getrennt und fand, dass auch haartechnisch Zeit für eine einschneidende Veränderung war. Warum hast du dich von ihm getrennt? Ich zögerte. Weil er nicht der Richtige war. Wieso nicht? Hilfe! War das etwa ein Thema für ein nettes, unverbindliches Geplauder? Aber ich selbst hatte das Thema angeschnitten, also blieb mir wohl nichts anderes übrig, als zu antworten. Wir hatten absolut nichts gemeinsam. Und offen gestanden hatte mich das mit dem Fremdgehen irgendwie gestört. Verstehe, sagte Klaas langsam. Bald darauf bogen wir in die Straße ein, in der meine ehemalige Agentur lag. Klaas parkte Agneta auf einem Platz, der selbst für einen Smart zu klein gewesen wäre. Die Hälfte des Wagens stand auf dem Gehsteig und mit der Motorhaube berührte Agneta einen Poller. Man konnte fast meinen, dass sie ihn abknutschen würde. Bequem sieht das aber nicht aus, kommentierte ich, nachdem ich ausgestiegen war. Nein, und das tut mir auch echt leid für Agneta. Okay, aber wenn... Mitten im Satz hielt ich inne. Ich wollte ja nicht schon wieder als nervende, aktive Beifahrerin rüberkommen. Wenn was? Das, hakte Klaas nach. Ach, nichts. Na dann. Grinsend schloss er den Wagen ab. Gehen wir? Jetzt, wo der Termin unmittelbar bevorstand, wurde ich nervös. Wir betraten die Agenturräume und sofort kam Aisha hinter ihrem Empfangstresen hervor und stürzte auf mich zu. Hey, Nele, na? Ah, sie klang, als würde sie mit einer schwer kranken Patientin sprechen und rieb mir den Oberarm. Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Ich trat einen Schritt zurück. Wir gehen einfach schon mal in den Besprechungsraum, okay? Ich stapfte los. Klaas folgte mir, doch weit kamen wir nicht, denn jetzt trat Jonas aus der Grafik mit einer Tasse in der Hand aus der Kaffeeküche. Im gleichen mitleidigen Tonfall wie Aisha sagte er, hey, Nele, na, wie geht's? Prima, vielen Dank. Jonas lächelte mich milde an. Wie schön. Mhm. Ich nickte ihm noch mal zu und rannte dann förmlich in den Besprechungsraum. Dort ließ ich mich auf einen der Stühle fallen, atmete tief aus und überprüfte nochmals den Sitz meines Haarknotens. Klaas setzte sich neben mich und lehnte sich bequem zurück. Will ich wissen, was hier vorgefallen ist, bevor du gegangen bist? Fragte er nach einer Weile. Nein, willst du nicht. Eins steht jedenfalls fest. Die haben alle komplett einen an der Waffel. Ich bin heilfroh, dass ich dich aus diesem Irrenhaus herausgeholt habe. Mit erhobenen Augenbrauen sah ich ihn an. Du hast mich nicht herausgeholt. Ich hab mich weg beworben. Pfff, immer diese Haarspalterei. Ich wollte gerade etwas erwidern, als ich ein Räuspern von der Tür hörte. Mein Herz machte einen Satz und mein Körper verkrampfte sich von Kopf bis Fuß. Klaas und ich erhoben uns und wandten uns zur Tür. Ich entdeckte meinen ehemaligen Chef, Herrn Rieger, der auf mich zukam. Und dann fiel mein Blick auf Tobi. Automatisch hatte ich das Bedürfnis, meine Frisur zu richten, aber ich zwang mich, nichts dergleichen zu tun. Tobi hatte sich nicht verändert, was nicht weiter erstaunlich war. Schließlich hatten wir uns erst vor ein paar Wochen das letzte Mal gesehen. Da hatte ich zum Abschied in der Agentur ein paar Flaschen Sekt ausgegeben. Tobi hatte mich zum Abschied umarmt und gesagt, es tut mir wirklich sehr leid, Nele, aber du warst mir einfach ein bisschen zu bieder. Alle hatten es mitbekommen. Ich hätte irgendetwas Schlagfertiges sagen oder ihm wahlweise eine reinhauen sollen, aber ich war nicht dazu in der Lage gewesen. Darüber ärgerte ich mich heute noch. Und als Krönung ließ er sich jetzt auch noch am Telefon verleugnen, wenn ich anrief, als befürchtete er, dass ich ihn stalken wollte oder dergleichen. Während Klaas und Herr Rieger sich begrüßten, nickte ich Tobi zu. Hallo. Hallo, Nele. Wie geht's dir? Immerhin verzichtete er auf diese mitleidige Stimme. Bestens. Vielen Dank. Frau Wilkens, hallo, wandte Herr Rieger sich an mich und gab mir lächelnd die Hand. Schön, Sie zu sehen. Ja, finde ich auch, meinte ich und erwiderte sein Lächeln. Ich mochte Herrn Rieger. Er hatte zwar das Taktgefühl eines Bulldozers, aber er war ein schlauer Geschäftsmann. Setzen wir uns doch, schlug Herr Rieger vor, woraufhin wir unsere Plätze einnahmen. Tobi versorgte uns mit Kaffee und Wasser, während Herr Rieger ein bisschen Smalltalk machte. Und, Frau Wilkens, wie geht's Ihnen? Sehr gut, vielen Dank, erwiderte ich und nahm einen Schluck von meinem Kaffee. Schön, dass Sie uns nun dank der Durchschnittspartei doch noch ein bisschen erhalten bleiben. Vor allem Herrn Grote, Sie waren ja ein echtes Dreamteam. Er vermisst Sie bestimmt sehr, was? Prompt verschluckte ich mich an meinem Kaffee und brach in einen Hustenanfall aus. Na super, Nele, total souveräner Auftritt. Klaas klopfte mir auf den Rücken, während Tobi an meiner Stelle antwortete. Wir haben im Grunde kaum an gemeinsamen Projekten gearbeitet. Inzwischen hatte ich mich von meinem Hustenanfall erholt und bemühte mich um etwas Würde. Gut, ich schlage vor, dass wir zum Geschäftlichen kommen. Ich sah Klaas fragend an. Er erwiderte meinen Blick in der für ihn so typischen Gelassenheit. Du hast ja am Freitag schon vor dem Kunden präsentiert, also bist du noch im Flow. Schieß los. Oh, diese Genugtuung. Ich fühlte mich so wenig bieder und bemitleidenswert wie schon lange nicht mehr. Stattdessen war ich die Souveränität und das Selbstbewusstsein in Person, als ich meinen Stuhl zurückschob und aufstand, um meine Handouts Herrn Rieger und Tobi rüberzureichen. Und dann ging alles ganz schnell und in Zeitlupe zugleich. In meinem triumphalen Übermut übersah ich die Wasserflasche in der Mitte des Tisches und stieß dagegen, wodurch sie bedenklich ins Wanken geriet. Reflexartig griff ich danach, um sie am Umfallen zu hindern, wobei ich allerdings die Kaffeekanne rammte, mit dem Ergebnis, dass sowohl Kaffeekanne als auch Wasserflasche umfielen. Der heiße Kaffee ergoss ich über meine Hand und ich schrie auf. Die Wasserflasche kullerte davon unbeeindruckt über den Tisch und knallte auf den Granitfußboden, wo sie in tausend Scherben zersprang. Genau zwischen meinem Ex-Freund und meinem Ex-Chef. Starr vor Schock stand ich da und versuchte zu verarbeiten, was in den vergangenen zweieinhalb Sekunden passiert war. Alles in Ordnung, Nele? Hörte ich Klaas Stimme. Er griff nach meiner Hand, um einen Blick darauf zu werfen. Allmählich kam ich wieder zu mir und mir wurde bewusst, dass meine Hand nicht das Problem war. Viel schlimmer war der jämmerliche Auftritt, den ich gerade hingelegt hatte. Wie dumm von mir, rief ich. Ich stürzte auf die andere Seite des Tisches, hockte mich zwischen Herrn Rieger und Tobi, um die Scherben aufzusammeln. Doch dann hielt ich plötzlich inne. Zum einen, weil ich mich geschnitten hatte und zum anderen, weil mir bewusst wurde, dass ich zwischen meinem Ex-Chef und meinem Ex-Freund auf den Knien herumrutschte. Und diese Position gefiel mir ganz und gar nicht. Schnell stand ich auf, ließ die Scherben Scherben sein und kümmerte mich stattdessen mit Hilfe von ein paar Servietten um die Kaffeepfütze auf dem Tisch. Nele, sagte Klaas ruhig. Ich atmete tief durch, nahm meine Schultern zurück und hob das Kinn. Tut mir sehr leid. Wow, was für eine Kettenreaktion. Allerdings, das hätte ich gern auf Video, sonst glaubt es einem doch keiner, meinte Klaas. Herr Rieger und Tobi schmunzelten, wobei Tobis Schmunzeln mir eher wie ein gehässiges Grinsen vorkam. Zu meinem Trost wurde er von Herrn Rieger dazu verdonnert, die Scherben auf dem Boden aufzusammeln und die Wasserpfütze zu beseitigen. Das nannte ich ausgleichende Gerechtigkeit. Vor allem, weil Klaas derjenige war, der den Rest Kaffee vom Tisch aufwischte und die Servietten in den Mülleimer beförderte, statt mich dazu aufzufordern. Und wieder machte er es durch diese einfache Geste leichter für mich, denn er vermittelte mir damit das Gefühl, dass wir ein Team waren. Was mir etwas von der verlorenen Souveränität zurückgab. Als alle wieder an ihren Plätzen saßen, ergriff ich das Wort. Kommen wir zurück zur Image-Kampagne für Rüdiger Hoffmann-Klasing. Ich verspreche auch, dass ich nichts mehr umschmeißen werde. Nachdem ich ohne weitere Zwischenfälle unsere Kampagne präsentiert hatte, stimmten wir uns über die wichtigsten Punkte ab und besprachen den Ablauf der kommenden zwei Monate. Nach einer halben Stunde hatten wir alle Punkte besprochen und Klaas und ich konnten den Rückzug antreten. »Tschüss, Frau Wilkins«, sagte Herr Rieger, als er mir zum Abschied die Hand gab. »Sie hatten heute ja wirklich eine umwerfende Wirkung, was?« »Ja, scheint so«, erwiderte ich und zwang mich zu einem Lachen. »Tschüss, Nele«, sagte Tobi zu mir. »Tschüss, Tobi«, sagte ich und drehte mich um, um schnellstmöglich die Agentur zu verlassen. »T оs Level 1. Töne2.